blödes holz komm runter du sollst runterkommen das ist gut wir wollen es jetzt machen wollen wir das so lassen oder wollen wir da noch was dran pappen aber das ist dann ein bisschen komisch aus oder na gut also probieren geht über die probieren geht überstudieren so so immer diese verdrücker so genau jetzt hier hin wollten wir ja das Dach haben gucken dass wir nicht runterfallen das wird dann nämlich jetzt hängt das spiel wundert mich das hat so lange gehalten und jetzt hängt es das hat aber einen ordentlichen hänger hier komm ja es kommt manchmal vor dass mein spiel sich aufhängt aber richtig und das ist dann nicht so toll nicht so toll hier wollten wir das normale holz ist nicht mehr da wir haben ja unsere alte technik schon wieder hier schon wieder schon wieder hier wir haben ja wir haben ja Knochenmehl mal nehmen wir einen Erdblock mal nehmen wir einen Setzling mal nehmen wir ein bisschen Knochenmehl und tadaaa Baumstar ach der ist aber klein aber gleich wieder Neues erzählen das ist schön voll der kleine Baum hier vier holz toll da muss ich ja gleich noch ein pflanzen bam vielleicht ist der ein bisschen größer sieht ein bisschen größer aus aber nur ein bisschen eins zwei drei vier fünf ja gut fünf holz geht auch ich dachte fünf holz da gut das letzte vier plus fünf neun nicht acht rechnen wir auch noch nicht schlecht oh das headset brennt wirklich wie auf Dauer jetzt nehmen wir Eichenholz das lassen wir hier stehen falls wir noch mal holz brauchen ach ja sechsten ich müsste hier rüber so fünf ähm wie machen wir das jetzt wie machen wir das jetzt wenn wir das denn hier an die Seite ne das geht nicht wenn wir das so hinbauen würden und den so dran warum hab ich da was falsch gesetzt oder warum ist das hol ich mir nachher so jetzt müsste es aber klappen cool was passiert wenn wir das jetzt machen ach Mist ich hab gehofft dass die Ecke bleibt na schade na gut dann holen wir uns kurz das was wir da hinten vermissten vermissen so wie sieht denn das aus aber die Ecke ist so geblieben versteht der Teufel warum das ist das ist das ist ähm ja schlimm ne und es wird schon wieder dunkel ich krieg's nicht mal fertig an einem Tag mein Haus äh mein Hausdach zu bauen mags weil ich mal ein bisschen ich hab das Gefühl dass das Haus immer noch nicht rum und dann ist ja immer noch der Keller und dann aber wir haben ja genug Zeit ich hab genug Zeit so 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 wenn wir das jetzt so dran bauen und das dann boah dann müssen wir das aber ändern so 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 schön ähm das waren bereits waren das zwei Etagen das war nein das war noch nicht zwei hier fehlt noch eine Runde Glas können wir ja dann hier gleich die letzte Schicht legen äh äh genau so Holzstück für Holzstück geht's voran oh jetzt sind wir tatsächlich die Holzstöcke ausgegangen so so schlecht sieht das gar nicht aus so schlecht sieht das gar nicht aus mal hier ja unser Bett halt so hier und da eine Fackel super so brauchen nachher noch etwas um da hoch zu gehen also jetzt gleich drei Eisen stimmt ja da waren ja Eisen drin die haben wir haben ja geschmolzen ähm was wollten wir eigentlich mit denen nochmal machen hab ich irgendwie schon wieder total vergessen äh da war ja irgendwas na egal lass mal sein wenn wir im Inventar liegen da finden wir schon noch irgendwas was man mit denen machen können keine Kohle mehr drin achso stimmt ja ähm ja wisse Wasser da machen wir einfach nochmal ein bisschen Kohle jetzt und wollten ja genau das Dach weiter bauen zwei, drei zwei, drei ich werde nicht alles benutzen ich werde ja die acht werde ich mir übrig lassen übrig behalten wir haben ja schließlich hier noch was zu machen kommen wir nur zu oder dieser Teil hier genau wir wollten ja aber wie sieht das eigentlich aus wenn man hier eine Gaube so dran baut was ist so hm 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 ich mache das einfach alles nur einfach so aus Holz und der Krieg ist ja immer noch da und die Angriffe die Angriffe von diesem die Angriffe von dem ja komm komm jetzt bauen warum will der das nicht anbringen hallo die Angriffe von diesem wild gewordenen Slender Enderman da haben wohl das sind ja schon wieder zwei kaum erwähnt ich die Dinger sind die wieder da na ein bisschen Action wollen wir die angucken lieber nicht aber keiner von denen scheint irgendwie aggressiv zu sein momentan noch nicht erst recht nicht wenn sie Blöcke haben oder guck mal genau hin doch der hat den Mund offen oh kaum nein die existiert für mich nicht mal irgendwie ich weiß nicht was ich weiß einfach nicht was mit denen los ist die haben irgendwie Probleme ganz gewaltige Probleme haben die obwohl das Dach hier das Dach da wir wollten das ja gar nicht so haben Alter wie der den Mund offen hat wie der die ganze Zeit schreit das gibt's doch nicht bloß nicht angucken Max und jetzt geht bloß nicht dahin wo ich gerade bauen will hau da ab ich sag sogar bitte endlich oder ist ja immer noch da das ist doch ich gehe da gleich runter boom du gehst doch jetzt weg hier oder ich sorg dafür dass du würdest du mich provozieren ich brauch dich nur kurz anzugucken dann bist du in meinem Haus drin obwohl was passiert wenn du einen schreienden Enderman anguckst ja wieder das gleiche guck mal hier der kann nicht durch die Tür will aber zu uns auch das ist ja das gleiche Problem wie eben ha